Und wir sind eben nicht in der AfD, weil wir es bequem haben, sondern weil AfD da anfängt, wo bequem aufhört. Mir blutet zwar manchmal das Herz, wenn ich sonntags meinen beiden Töchtern einen Goodbye-Kuss geben muss, um mich mal wieder einen ganzen Tag lang in die Landesgeschäftsstelle zu verziehen und da eine Vorstandssitzung zu leiten. Aber sie sind gleichzeitig mein größter Antrieb. Ich möchte ein Deutschland, wo meine Töchter in Wohlstand, in Freiheit, in Frieden groß werden können. Menschen, die Angst haben um ihre Kinder, Sorge um dieses Land, begründete Sorge. Und wenn dann ein Henrik Wüst sagt, wir seien eine Nazi-Partei, dann ist dem entgegenzuhalten, das ist das Gegenteil davon. Hier sitzen Menschen, die ehrliche, aufrichtige Sorge um diesen Standort haben, die um dieses Land haben, die dieses Land und diese Mitmenschen lieben und das wünsche ich mir auch von den etablierten anderen Politikern. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Parteifreunde, mein Name ist Martin Winzenz, für die, die mich noch nicht gesehen haben. Ich bin 37 Jahre alt mittlerweile, durfte mir gestern Abend schon anhören, dass ich vorgealtert aussehe. Vielen Dank, Christoph Walczak. Noch zwei weitere Jahre als Parteisprecher, so heißt es, und ich sehe aus wie Martin Renner. Aber lieber Martin, ich sehe das als Kompliment, du bist noch hervorragend gealtert, was soll denn der Spaß? Nein, Spaß beiseite, tatsächlich, es ist ein relativ anstrengendes Amt. Es ist wahrscheinlich auch einer der Gründe dafür, warum es so eine gewisse geringe Halbwertszeit von Landessprechern in unserem Landesverband gibt und auch ein großes Wagnis, noch einmal als solcher anzutreten. Das ist mir durchaus bewusst und es ist sicherlich auch so, dass wenn wir im Vorfeld andere Landessprecher haben, die nicht mehr zur Wahl angetreten sind, dass das hervorragende Kandidaten waren. Aber es einfach schwierig ist, bei diesen Angriffen von außen weiter kurz zu halten. Und, das gehört auch zur Wahrheit dazu, auch die Angriffe von innen stellen einen immer wieder vor riesengroßen Herausforderungen. Aber ich mache es trotzdem gerne. Ich sage immer, der Job des Landessprechers AfD-NRW ist der zweitschönste der Welt. Und wir sind eben nicht in der AfD, weil wir es bequem haben, sondern weil AfD da anfängt, wo bequem aufhört. Und für mich ganz persönlich heißt das, dass ich eine sehr persönliche Motivation habe. Mir blutet zwar manchmal das Herz, wenn ich sonntags meinen beiden Töchtern einen Goodbye-Kuss geben muss, um mich mal wieder einen ganzen Tag lang in die Landesgeschäftsstelle zu verziehen und da eine Vorstandssitzung zu leiten. Aber sie sind gleichzeitig mein größter Antrieb. Ich möchte ein Deutschland, wo meine Töchter in Wohlstand, in Freiheit, in Frieden groß werden können. Dass sie am Niederrhein dort leben können, wo im Herbst die Äpfel an den Bäumen hängen. Wo wir fünf Jahreszeiten kennen. Und wo wir eine rheinische Gottheit mit einem Buchstaben anbeten. Nämlich J. Was ich nicht möchte, ist, dass schon im Kindergarten eine Dragqueen meine kleinen Töchter heimsucht und ihnen Tipps zu ihrem Sexualleben gibt. Denn ich möchte, dass meine Kinder und ihre Kinder einfach auch mal Kinder sein können im Kindergarten. Ich möchte, dass sie zu Schulen gehen, wo sie zu selbstdenkenden Menschen erzogen werden und wo sie nicht schon Propaganda vom Lehrer bekommen. Ich möchte, dass sie mit ihren Freundinnen auf dem Schulhof sein können, ohne dass dort irgendwelche Jugendliche meinen Scharia-Polizei zu spielen. Und ich möchte, dass sie die Schultoilette aufsuchen zu können und es da warmes Wasser gibt, Seife und sie nicht von irgendwen belästigt werden. Das sollten die Grundvoraussetzungen sein und es ist traurig, dass man das immer wieder betonen muss in diesem Land. Und ich werde es schlechterdings nicht hinnehmen. Und ich werde politisch mit allem, was ich habe, dafür kämpfen, dass unsere Kinder nie wieder, nie wieder zu Hause eingesperrt werden und davon abgehalten werden, staatlicherseits mit Flatterband auf einem Spielplatz zu spielen. Nur weil irgendwelche Spezialisten meinen, das würde Infektionskrankheiten verhindern, wenn man an der frischen Luft in irgendeiner Art und Weise sich sportlich betätigt. Was das für einen Schaden in der jungen Generation ausgelöst hat und angerichtet hat, ist bis heute nur in Ansatzweisen bekannt. Was uns da noch droht, ist unglaublich. Ich werde mich mit der AfD dafür einsetzen, dass das nie wieder vorkommt. Und deswegen möchte ich, dass meine Töchter, wenn sie denn wollen, wenn sie eine Ausbildung machen wollen, sehr gut. Wenn sie zur Universität gehen wollen, dass es eine Universität gibt, an der ein Geist herrscht, an dem es nicht stumpf heißt, follow the science, lauft irgendwelchen Mehrheitsmeinungen hinterher. Das ist nicht Wissenschaft. Wissenschaft bedeutet den Stand der jetzigen Wissenschaft immer wieder herausfordern mit neuen Thesen. Wenn wir das nicht tun würden, dann wären wir keine aufgeklärte Gesellschaft. Das kann doch nicht der Anspruch einer Wissenschaftsnation Deutschland sein. Und ich möchte, dass meine und ihre Kinder in einem wohlhabenden, vernünftigen, florierenden Land leben, wo sie nicht gezwungen werden, mit einem guten Abschluss ins Ausland abzuwandern, weil sich keiner mehr für die heimische Industrie und die Arbeitsplätze hier interessiert. Die Arbeitsplätze sind nicht weg, sie sind dann nur woanders, wie der Wirtschaftsminister sagen würde. Das kann doch für die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt kein Anspruch sein. Mit der AfD gibt es eine vernünftige Wirtschaftspolitik und die möchte ich vorantreiben, damit ihre Jobs, damit die Jobs unserer Kinder und die Jobs unserer Enkel auch hier in Deutschland gesichert bleiben. Und ein letzter Punkt, und ich weiß, dass ihr mir da alle zustimmt. Ich habe keine Lust darauf, wie ein Herdentier darauf zu hoffen, dass meine Mädels nicht irgendwann Opfer dieser Übergriffe werden, dass sie irgendwann als Einzelfall in der Zeitung stehen. Ich möchte das nicht. Mein eigenes Leben wäre am Ende, wenn das passieren würde. Aber deswegen ziehe ich mich nicht zurück, deswegen gehe ich nicht ins Private, sondern deswegen gehe ich in die AfD, um darum zu kämpfen, dass das nicht zur Normalität wird. Und ich weiß, wenn ich hier in diese Reihen gucke, dann sind da Väter und Mütter, dann sind da Opas und Omas, die es genauso sehen. Menschen, die Angst haben um ihre Kinder, Sorge um dieses Land, begründete Sorge. Und wenn dann ein Henrik Wüst sagt, wir seien eine Nazi-Partei, dann ist dem entgegenzuhalten, das ist das Gegenteil davon. Hier sitzen Menschen, die ehrliche, aufrichtige Sorge um diesen Standort haben, die um dieses Land haben, die dieses Land und diese Mitmenschen lieben. Und das wünsche ich mir auch von den etablierten anderen Politikern. Und genau deswegen kann ich Ihnen nur sagen, mir ist jemand, der Deutschland liebt und vielleicht mal einen Schuss weit so sehr liebt, tausendmal lieber als diejenigen, die Deutschland hassen. Und ich kann Sie nur alle aufrufen, bitte geben Sie mir das Votum. Bitte geben Sie mir die Möglichkeit, mich weiter für Ihre und meine Familie einzusetzen. Ich brenne dafür. Ich möchte diesen Landesverband zum Erfolg führen. Ich möchte, dass 24 unser Jahr wird. Ich möchte, dass 25 unser Jahr wird. Dass wir in ungesehener Stärke in die Kommunalparlamente einziehen. Dass wir einen Bundestagswahlkampf hinlegen, den wir so noch nie gesehen haben. Aber dafür brauche ich Ihre Stimme. Die Stimme meiner AfD. Ich danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal.